Okay, in DaVinci Resolve öffnen wir ein neues Projekt, nennen das wie du es haben willst, dann drücken wir mit STRG N eine neue Timeline, geben dem im Format 16 zu 9, also 1080p und switchen hier mal auf 25 Frames die Sekunde, weil es der normale europäische Standard ist, drücken auf OK. Anschließend suchen wir uns aus der Effect Library eine neue Fusion Composition, klicken wir auf Toolbox, dann finden wir sie auch, ziehen die hier rein und gehen in Fusion rein. Das ist dieser Zauberstab hier unten. Als nächstes laden wir uns Reaktor runter. Auf dem Link, der unten in der Beschreibung ist, kannst du Reaktor runterladen. Hier diesen Lua Installer und wenn du ihn dann hast, dann ziehst du ihn einfach in das Fenster rein. Oder wenn du Reaktor schon installiert hast, kannst du einfach auf Workspace gehen, Scripts, Reaktor, Open Reaktor. Jetzt wird Reaktor geöffnet und jetzt kannst du ganz einfach dir aussuchen, was du brauchst. Und wir brauchen für die Audio Visualizer 2, nämlich, wenn wir hier nach Audio suchen, einmal Audio Waveform von Yippie und einmal Suckless Audio. Da klickst du drauf und gehst dann auf Install. Danach musst du DaVinci Resolve nochmal neu aufmachen. Nachdem du DaVinci Resolve ein zweites Mal aufgemacht hast, kannst du ganz einfach mit Rechtsklick hier reinklicken, Restore Project Archive und dahin navigieren, wo du das ZIP-File runtergeladen hast, welches du von mir bekommen hast. Genau. Dann klickst du einfach auf die DRA-Datei und klickst auf Open. Damit sollte es sich genau dieses Projekt hier entblättern. Wohl. Wir sehen. Wir sehen. Vielen Dank.